Hallo, grüß euch. Wir sind jetzt hier in Oberdorf. Schaut mal, da ist die Pika Hei, Pika Hei, Schatzi. Und da seht ihr es da hinten. Da sind Mietwohnungen. Da war früher das Gasthaus. Da war ein Gasthaus. Jetzt sind Mietwohnungen da. Jetzt gehört der Bus. Ja. Da hinten ist die Kirche. Da gab er den grünen Gebäude. Da war einmal ein Moped-Geschäft. Da habe ich vor 1989, 1980, habe ich meinen Mofo gekauft dort. Um 7.500 Schillen. Da war das grüne Gebäude. Pika, Pika, schau her. Pika, schau her einmal. Hallo, grüß dich. Und da hinten seht ihr, das ist der neue Bahnhof Oberndorf. Legst die nieder. Die alten Gebäude weg. Ganz modern gemacht. Wie überall die Stationen. Ganz einfach mit Sitze. Ganz einfach gemacht. Super, ja. So. Wie wird es schön da kommen? Da fahren wir zwei Truppen da rein gebracht. Und jetzt, ich gehe noch spazieren mit der Pika. Geh Schatzi. Gehen wir spazieren? Heim ausi. Jetzt gehen wir spazieren. Dann macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. und passt auf euch auf, gell. Pfiat euch. Baba. 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 Frau Shakespeare. Gotta Birk desen.